Hi, wir haben noch ein Announcement für unser nächstes Konzert am Oktober, jetzt rege ich schon halb Englisch, halb Deutsch, Oktober the 8th, also 8. Oktober, in der Fabrik in Sachsenhausen. Das wird unser Quartett. Es ist organisiert von ein sehr guter Saxophonist und Optiker, Klaus Metz, und er hat die Musik da für die letzten paar Jahre und immer an einem sehr high-level. Wir sind sehr gespannt, um unsere neue Programme zu presentieren. Und es ist ein wunderbarer Platz zu hören, die Musik, die Acoustics sind sehr gut. Wir haben viele unserer eigenen Kompositions. Und sie haben eine gute Cuisine, wenn sie etwas zu essen wollen, sie haben eine gute Küche. Peter Tschudek am Bus, Jean-Yves Jung, und der great und wunderbar Keith Copland. On Oktober 13? 8. Oktober 8. Ok, see you there. Fabrik is a wonderful venue to hear music. It's crucial. I'm the Austin Atmosphere for here.